Das ist riesig, das Labyrinth. Wir probieren, Taucher hier irgendwo dran zu fliegen dann? Wieso muss es hier nass sein? Ah, okay. Das hab ich schon wieder gehen. Ah, hallo, natürlich, vor allem geht das. Ah ja? Hm, naja, okay, das muss ich auch nicht wirklich sagen. Gibt's viele bei den Zoras, glaub ich. Guck mal, da springen. Das sieht so verdächtig springbar aus, würde ich sagen. Aber nein, das ist ja schade jetzt. Das ist ja schade, ich dachte, das könnte man springen. Spannendiert. Wo können wir damit? Ohhhhhhhhhh. Neeeeein! Neeeein! Oh nein! Oh nein! Sind wir wieder ganz am Anfang? Okay? Yes! Oh Gott! Ernsthaft! Ernsthaft! Oh mein Gott! Okay, pass auf, dann gehe ich mal hier lang. Es ist schön, dass ihr uns anzeigt, wo wir gestorben sind. Aber vielleicht sollte ich auch den Eicheln nachlaufen. Gucken wir mal, wie war Hänsel und Gretel. Wie ist das hier so überhaupt? Nein! 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 Okay! Was ist das? Da können wir aber nachher Milch tauschen. Gibt's doch bestimmt den schnelleren Weg, oder nicht? Wie hat sich denn diese Quiz hier wieder einfallen lassen? Oh, gibt's die Neicheln. Ich sehe mich nicht wieder. Ich habe das Gefühl, die schicken mich halt hier so durchs ganze Labyrinth. Ich bin nichts. Letztes Nacht, bitte gleich wieder. Letztes Nacht. Die Miasma, das schon bei geringstem Kontakt den Körper infiziert. Nur gut, dass Tauro zurückgekehrt ist, denn in seinem Zustand hätte er die Erkundung hier drin nie überstanden. Was genau handelt es sich wohl bei diesem Miasma? Und die andere große Frage ist, ob die verschollene Prinzessin und ihr Ritter, der im Schloss Hyrule das Miasma erkunden wollte, gefunden wurde? Hoffen wir das Beste für die beiden. Wie beimst der Ritter? Okay. Kann hier dann vielleicht nur oben rein? Ich war da, ich fand es ganz lustig. Oh, was ist das? Ich bin nicht weg vom Eichelweg gegangen. Ein starkes Unanium-Coal-Spiel. Alles gut. Ah, ist nicht das schon wieder blitzt. Ich bin nicht weg vom Eichelweg. Ich bin nicht weg vom Eichelweg. Ich bin doch nicht völlig gestillt, sodass ich zögere, mich jetzt schon auf den Rückweg zu begehen. Wie man wohl auf die unteren Ebenen der Ruine gelangt, die ich von hier oben aus sehen kann. Kann man das? Ah, ja. Okay. Ich bin nicht weg vom Eichelweg. Als Herrscher der Drachen sage ich dir, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür hat sich dir geöffnet. Besuche die südliche Seite des Labyrinths des Himmels. Oh! Gehölland-Prophezeiung. Aaaaah! 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 Giga-Sug-Schrei. Bei mir von Akana. Aaaaah! So viel war das? Er fand das lustig. Aaaaah! 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 Ähm, Irland. Äh, bis jetzt ist Irland. Gott sei Dank ist das ein Siegensschwein. Tadah. Okay, dann gucken wir noch, ob wir runterkommen. Vielleicht gibt es dieses Labyrinth dann auch im Rundegrund. Ja, es war da. Ach komm, wirklich? Ich dachte, jetzt bräuchte ich kein Ding vor. Eine Schnelle. Es ist nichts. Na toll. Okay, und hier sind wir wieder im normalen Labyrinth, aber nicht da, wo wir hinwollen, vermutlich. Also, kommand uns zurück. Was? Was? Ist das überhaupt das, was ihr gemeint habt? Oh je, ich glaube, ich habe etwas ganz, ganz Furchtbares gemacht. Ja. Das war keine gute Idee und ich krieg gerade richtig Angst. Gibt es irgendwas? Was? Damit man die Bisse schädigen kann. Was? 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 Was hab ich jetzt gemacht? Ich glaube, der ist doch nicht wirklich besiegt jetzt. Ich frag mich, was aus dem Forscher geworden ist. Was? 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 Abgrund auf Irland. Der ist jetzt da. Okay. Irland. Dann gucken wir nochmal hier hin und dann gucken wir, ob wir zu dem anderen Tempel kommen, den wir gesehen haben. Ich vermute mal, ich muss hoch. In den Himmel. Aber ich weiß nicht, wie ich von hier aus in den Himmel komme. Bei den nächsten Wochen. Okay, das hört sich schon besser an, wie unser demnächst. Ah! Da fliegt er. Da fliegt er nicht mehr nichts. Oh Gott! Eigentlich hätte ich mal wieder Lust auf Abgrund. Warum? Ich finde mich lustig. Oh Gott! 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 Das ist Lila, oder? Vielleicht doch ist es eine Höhle, aber wir machen zuerst den Schrein und dann die Höhle. Wenn wir die Höhle hinkriegen. Ich hab immer gesagt, dass wir das schaffen. Einftrieg. Okay. Jetzt kann ich zwar anfassen aber nicht bewegen. Ah! Nicht jetzt den Link. Was wird jetzt passiert? Hä? Ach, hat der Ball den Auftrieb oder wie? So kann ich das nicht zu mir holen. Wenn er es da feststeckt. Okay. Ich dachte, der Ball drückt das runter. Da hab ich den Ball weg gemacht. Okay. Okay. Das war irgendwie nicht der ganze Sound, oder? Ja. Aber, ja. Das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Und tschüss. Ja, das war... Der war ganz sart. Das hat jetzt nicht so funktioniert. Das hat alles nicht so, wie ich möchte. Okay. Schauen wir mal. Vielen Dank für die Bits auf jeden Fall. Jetzt kommen wir ganz so, oder? Ähm, muss ich jetzt wieder den Tempel neu starten, weil der Ball weg ist? Weil ich nicht mehr rankomme. Aber das... Das war schon so gedacht, oder? Könnte man meinen. Tschö. Oh, wieder ab. It is Wednesday, my dudes! Oh, ne Witz! Ok. Suisse. Ich hab halt, glaub ich, schon lange nicht mehr mittwochs gespielt, O.K. Nochmal. Pops. Wenn man hier keinen Pfeil hat, hat man auch einen Pfeil gewonnen. Und danke für das Chino. Du hast so ein Witz-Lotto gewonnen. Vielen, vielen Dank. Also, wie würdet ihr das machen? Wieso macht ihr das? Ich bin ein Witz. Ich bin ein Witz. Ich versteh nicht, wie du das... wie soll der sein? Ich komm nicht weg davon, okay? Ich kann jetzt ewig so weitermachen. Ich denke, das schleudert mich vielleicht tot, will er ja erst. Oh Gott! Ich nehme den mal mit Sicherheitshalme. Ich wollte wieder Strauss. Strauss! Achso, na dann. Wer hat eigentlich irgendwer in die Kiste gesehen? Nicht, dass ich die Kiste jetzt noch verpasst habe. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die Kiste ist nicht da oben. Ich weiß nicht. Da hängt die Kiste. Okay. Die kriege ich, wenn ich sie fallen lasse. Okay, das ist eine Metallplatte. Oh Gott, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach, lecker. Dann mache ich das so und dann fahre ich so rum. Ich soll sie jetzt erst unten ran machen. Vielleicht mache ich die oben. Okay, help me. Immer gut. Irgendwie finde ich die Suspekte. Die Bouncy Balls. Jetzt kommen die Streamer und du hast ja schon, dass du zuguckst. Wie geht es dir? Der Mittwoch meiner war ganz furchtbar. Stopp. 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 Ich hab's gelesen. Nicht so schön. Unnötig. Einfach unnötig. Ich check doch die Zeile nicht. Ah, okay. Hä? Also der ist so schwer, dass er den runterdrückt. Aber er ist so leicht, dass er Metallplatten hochhebt. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, aber okay. Hä? Logisch. Ich weiß ja nicht. Oh, wir könnten zurück zum Spätrosten gehen. Aber jetzt schauen wir uns noch die Höhle an. Und vielleicht noch die mickrige Insel dahinten. Wieso blitzt ihr denn die ganze Zeit? Oh Gott. Entdeckt. Füstenhöhle, not a color. Da war noch eine. Danke, Toni. Ich hab dich nicht gesehen. Pfeil wieder aus der Wand ziehen. Das ist ein anderer als sonst. Das ist ein gelbe Mini. Ach, ich leb' noch. Stoffel. Links oder rechts? Der ist hier, der muss nicht durchs Wasser. Ob sie auch die ganze Zeit... Was über einen Nass? Oh Gott! Dicke geworfen. Oh, werfe ich mal ein Stück von der Dicke? Mein Schreibtisch ist jetzt mitsamt neuen Lappi eingerichtet. Cool! Und danach fängt es ins Start klar. Das heißt, dann fängt er zu streamen. Ach komm Link! Das ist doch nicht dein Ernst! Eigentlich, wieso mache ich es mir denn so schwer? Wieso mache ich es mir denn so schwer? Ich kann doch einfach hier... Ja... Ich kann es selber nicht... Kann ich nicht mehr tragen? Aber wow, ja... Wie ein Zauberstab. Ja dann... Ähm... Ich kann sich fotografieren... Das ist gar nicht... Es ist schon deprimierend, dass alle Waffen so zu fressen sind. Alle... Finde ich schon ein bisschen... Dicke... Und was spießt du da? Nein, du hast ja... Oh ne... Oh ne... Nicht so einer... Aaaaah... Kann ich das mit ihm hauen? Ah ja... Perfekt! Ich bin so... Ich bin so richtig peste... Ich bin so richtig... Ich bin so richtig... Nehmen wir nicht... Nehmen wir nicht... Vier... Vier... Blau bin ich... Was ist das für eine Höhle? Ein schwarzer Hinox... Schaffe ich einen schwarzen Hinox? Ich weiß ja nicht... Ich weiß ja nicht... Ich weiß ja nicht... Ich weiß ja nicht... Weil der Farge zurückgelaufen ist... Aber trotzdem... Weiß ja nicht... Und... Das ist ein bisschen was... ...Om... Ich weiß ja nicht... ...üçere Musik... ICH auch nicht... Myasel Dinosaurade... ...nil... 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 Ich glaube, der schlägt auf Droninger. Okay, ich glaube, wir schaffen nichts. Ein Schlag. Eine. Aber ich bin jetzt in der Höhle drehen und ich will nicht wieder raus, ohne den besiegt zu haben. Das ist mein Arbeitsplatz auf der Firma. Ich glaube nicht, dass ich das filmen kann. Ach so. Ich starte zu Hause. Ich starte zu Hause. Habe ich vielleicht irgendein Essen, das mir Abwehrkraft gibt? No. Kann ich vielleicht irgendein Essen machen, das mir Abwehrkraft gibt? Was? Eigentlich sind sie schon geschickt. Die Eimer, Kochtöpfel. Aber man kann sie halt nur einladen. Ja, das soll ich auch nicht sein. Man kann so viel abhängig sein, ob ich Droninger in den Höhlen habe. Was denn noch bin ich? Ich weiß nicht, ob ich was zum Kochen habe, weil ich mir noch ein Rüstungsding anlege. Das kann ich nicht. Das ist Gras. Doch. Könnte man noch machen. Das hält nicht so lange. Ausdauern. Ich habe nur drei Rüstschnappe. Das muss ich nicht unbedingt brauchen. Okay, dann versuchen wir es mal so. Drei Minuten, drei Minuten. Okay. Sechs Minuten. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wenn ich jetzt vielleicht erst vor ihm essen soll. Ich bin ein Schritt. Ich bin mir auch noch das linke Bein. Die gute Waffe. Ich hab... Ach, das war doch ins Auge. Also gut. Okay. Ich bin ein ganzer Weg. Ja, Du, das Warszawauts hat. Mach mich, du da mal. Und auch nicht an alle Fälle, diejenigen zu uns sch Erde. Oh, das ist sehr gering, ist es echt gut. Das ist auch keine so gute Stelle für den Kinox. Okay, das ist neu. Die hauen ihren Kopf auf den Boden. Okay. Komm, nicht mehr viel links, nicht mehr viel. Ja, da ist Masu. Die sind Masu. Ah, die wäre auch nicht so gut. Das Auge nicht. Okay, na gut. Ach, ging doch. Was habe ich für Pass? Was? Den Kaksudanke. Danke. Moment, Moment. Jetzt muss ich gucken. Ah, weiß was. Das habe ich noch gelassen. Habe jetzt mal das Handy gespielt. Internet am PC. Das ist auch kacke. Aber dann willkommen zurück. Den Kaksudanke. Habe ich gepackt. Danke. Was habe ich für Pass? Ähm, ich habe gerade einen schwarzen Hinox getötet. Ich glaube, das hast du gesehen. Ich habe eine Höhle gemacht. Ich habe einen Schrank gemacht. Ich habe irgendeinen Drachen. Noch nicht erweckt, glaube ich. Ja. Hier die Rezepte mega geschickt. Die Rezepte. Ich habe noch gar nicht so viel mit Rezepten gearbeitet. Oh. Held ich jetzt auch gerne. Das hört sich auch lecker an. Ja klar. Das ist ein schwarzes Hinox-Horn. Als ob das natürlich wächst. Oh, krass. Die Streitachs. Die hat eine fucking Streitachs auf dem Kopf. Also mal. Oh ja, ich könnte echt mal was trinken. Sie erleichtern das Kochen halt extrem, ja? Aber du musst jetzt die Rezepte rausfinden. So, wo komme ich her? Ja. Ich glaube, da. Ich komme mir nicht zu ziehen. Ja, also ich sollte mal wieder in den Untergrund, weil ich so viel Leuchtsamen habe. So, also willst du mir sagen, dass ich hier hoch soll? Sofällig. 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 Aber ich habe das Maioi hier drin noch nicht. Aha! Wenn ich auf die Karte gucke. Mist. Aber da ist das Ding, das ich platziert habe. Da sind wir noch da. Okay. Also wir sind jetzt wieder hier. Wir hätten von hier aus auch in die Höhle können. Okay. Okay. Ich kann nicht runter. Ich kann nicht runter schießen. Okay. Sofällig. 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 Okay. Okay. Aha. Weil das hat man nicht wirklich gesehen. Okay. Sofällig. 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 Oh, jetzt war aber noch ein Weg, den wir glaube ich nicht gegangen sind. Den gehen wir jetzt noch. Die Waffenkassi ist wohl... Ja, wir gehen jetzt raus aus der Hügel und dann gehen wir zu den Spähposten. Und hoffen, dass wieder ein paar neue Waffen... Plätze. Habt ihr eigentlich schon neue Batterien? Habt ihr irgendwie schon mehr Alchemie-Konstrukte gefunden? Oder geht ihr immer in das Tutorial hoch? Das ist auch noch was, das ich irgendwie seltsam finde. So fast auch hier waren wir noch. Das ist ja nochmal ein Riesenareal. Mit Feen. Feen finde ich toll. Was dumme ist, ich hab jetzt zwei Schleichröstungen. Also zwei Schleichoberteile. Aber nix. Keine Maske und kein Beinkang. Komm her, Vieh. Wieso fliegt ihr denn so hoch? Da kommt doch kein Mensch ran. Weg. Lösen fiegt ihr das alle Zeit los. Pio, bro, hueh. bit l Diskussion leaving fiegt Das ist ja gerade das für hier. Was? Komm her. können wir wieder ein paar mal sterben es war doch früher viel einfacher wo man die noch in flaschen gestopfte ich komme jetzt runter Wieso bist du nicht 10 cm größer? 10 cm größer. so hier und dann mal so klemmechsen kochen vermutlich mutig geben die medizin damit man anfasst wenn das leben bleibt und wir haben den haken gut was ist da? nix halt los ich nehme jetzt eine Rude ok der Öli schwarzen Dinox ein Ruder soll ich rüberrudeln? Moment wo war die Insel hier? so weit weg dass ich sie gar nicht sehe mehr Waffen basteln die nicht blitzig da ist die Hunde gefallen so kommen wir nachher hoch lebe jetzt lebe jetzt und ihr könnt das gar nicht ins Wasser schießen ok soll ich eigentlich übers Wasser wenn es grad blitzt? ich weiß nicht ich weiß nicht hm ja das geht in die falsche Richtung ok ok dann höre ich doch das Ruder schau mal ob wir rudern können ok ich weiß nicht die ganze Zeit und ich weiß nicht klar wie ist das? ok ich weiß nicht Aha Nein, nein, oh Gott Der hat ihm das Ding eingeschlagen in meine Konstruktion Hier Okay Was soll das? Ich hoffe, es funktioniert trotzdem noch Sind die auch metallisch hier? Wunderbar Wunderbar Wo ist mein Floß? Ist mein Floß weg Hä? Wo ist mein Floß? Echt toll Wo ist mein Floß? Wo ist mein Floß? Wo ist mein Floß? Oh Oh Okay 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 Ich dachte irgendwie da kommt was Ich dachte, wir kommen so hoch, dass wir zum Labyrinth kommen, dachte ich auch. Okay, das ist es. Dahin wollte ich unbedingt. Okay, der sogar hinschwimmen kann. Ich habe ihn noch nicht gesehen, weißt du? Okay, aber immerhin Donnerblum. Immerhin Donnerblum. Gut, dann würde ich jetzt kurz zurückgehen zu den Spähposten. Ich muss mich orientieren. Wo ist der Spähposten? Vom Todesberg. Achso, hier. Ganz falsch. Oder weg? Ganz falsch bin ich. Hier möchte ich doch hin. Ja, aber wie kommen wir dann ins obere Irland? Hm. Hm. Und die Saat in den Abgrund würde ich auch gerne noch mal hopsen. Vielleicht hopsen wir ihn nicht. Das wird mir in der Höhle angezeigt. Ich habe da keine Höhle. Achso, das ist unten. Ich habe hier bitte Herzen. Der Hinox war schon ein bisschen heftig. Danke. Okay, aber wenn hier eine Höhle ist, ist hier dann kein Haken dran. War der Dämon drin? Das weiß ich noch. War hier rechts, genau. Und was war hier? Sind wir hier nicht weitergekommen? Hatten wir nicht genug Donnerblumen vielleicht? Okay. 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 Ich hab gehofft, dass es die... Ich hab gehofft, dass es die...